Wollen wir mal erstmal beim Shop vorbeischauen, was das Backpack kostet, worauf wir uns einlassen müssen. Oh, was ist das? Das ist die Quest, oder? Okay, heute ist der zweite. Und was sagt das uns? Na? Okay. Ähm. Needs seaweed to bring to my evening book club, Dori. Seaweed. Dixigjord. Oh, das wollen wir doch mal machen. Locked. 9 Uhr. Okay, ähm. Dann wollen wir erstmal... Seaweed. Ich glaube, das kriegen wir beim Angeln. Eventuell. Das sollte kein Problem sein. Da sind wir auch schon, mein alten Willy. Oder Wolli, oder Willy. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das ist der alte Wuli hier. Jetzt gibt's doch mit, ja. Und so, was zieht. Er hat genug Geld gesammelt, um eine neue Angelroute zu kaufen. Und er möchte uns eine alte Angelroute schenken. Das ist sehr freundlich. Unsere erste Angelroute. Eine Bambus-Angelroute. Hier sind alle möglichen Fische zu holen. Okay, und sein Schockfisch ist offen. Das heißt, wir können ihm die Fische direkt verkaufen. Wenn es stinkt, dann verkauft es sich auch, ja. Mal schauen. Gut. Er ist jetzt auch am Wandelnden. Da wollen wir auch mal unsere Angelroute auswerfen. Und... Hopp! Wollen wir mal schauen. Wir haben hier genug Energie. Das heißt, wir können ein paar Fische fangen. Ich finde das Angelsystem hier cool. Das kenne ich noch. Wo mein erstes Spiel... Unten, soweit bin ich schon gekommen. Das Angelsystem, finde ich, ist ein sehr gelungenes... Auch die Fische können wir direkt vertilgen. Geben uns Leben und Energie. Oh, äh. Au, oh, oh. Komm schon. Oh, oh, senken wir. Wir müssen hier rein. Ah, das dauert ja ewig. Ah, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ah, ihr schafft's. Was haben wir denn da? Ah, nur ein Inch. Aber wir brauchen... ...wer brauchen ein Zinguit. Ist zwar nicht unbedingt das Beste, was man angeln kann, aber... Ähm, wir haben ja immerhin eine Ausgabe, Zinguit zu sammeln. Ein Zinguit. Achtung, tschüss. Eringer. Ja. Was ich jetzt fragen möchte, ist einfach nur ein Privat. Für die Aufgabe. Da müssen sie zu früh hochholen. Oh, die Fische beißen heute ziemlich gut. Ich muss das. Ich muss das. Ja, das ist Schreck. Fleisch. Das kann natürlich auch sehr vorkommen, dass man Müll anhält. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Da liegt so geschickt. Geschickt, eher gesagt. Was haben wir denn da? Trash. Ich will seaweed. Ich glaube heute gibt es kein seaweed. Easy. Wie ein Fisch. Da bleibst du wohl. Oh, ein eher seltener Fang. Äh. Steine haben wir noch genug. Kommt seaweed. Also das ist eine mittlere Qualität. Es gibt Gold, Silber und normale Qualität. Die mittlere Qualität sind natürlich, sind natürlich mehr wert. Wir werden das nicht mehr wert. Wir werden da auch schon wieder sehen. Und dann vielleicht haben wir neue Gebulanz. Bei uns ist die deutscherobot. Nein, wir werden die Emanierung nicht mehr wert. Nein, wir werden uns hier noch mehr wert. Wir werden das. Wir werden das einfach ein Einfluss hinunterladen. Ich kann die drücke. Wir wollen das einfachen. Und das einfachen. Wir werden nochmal gut drauf. Wir wollen die Bräufe aus. Wir wollen die Gläufe. Wir wollen die Gläufe. Wir wollen die Emanierung nicht mehr. ja dann werde ich mal zum Händler gehen und es verkaufen so guck ok zack 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 das gab ja schon mal ein bisschen Geld könnte ich auch Suppe kaufen die meine Energie wieder auffüllt Angeln ist anfangs eine sehr gute Möglichkeit Geld zu verdienen bis man halt die größeren Felder anbauen kann und da super die meisten Einnahmen hat ah endlich Seaweed geht doch gut jetzt muss ich mal gucken wo muss ich denn jetzt überhaupt hin zwei Tage zwei Tage hätte ich dafür gehabt zum Book Club Jodie zum Buch Club Buch Club ich denke der Buch Club wird sich wohl in der Bücherei auf und oder da ist ja jemand dem wir noch nicht hallo gesagt haben 78 Jahre haben wir auch noch hey I am Sam gut to meet you Sam der den ganzen Tag da oben steht aber in so einem Dorf gibt es ja nicht wirklich viel zu tun das ist natürlich wieder wohin drin das ist Penny die Kindergärtnerin und das ist natürlich Scherz ein bisschen schüchtern ok und wir mal gucken ob der Buch Club wirklich hier ist das ist ah hier an meinem Buch das ist ein Buch das ist ein Buch bei MyRain Animals Resistence Prozess vielleicht je mehr Bücher man freisch äh schaltet desto mehr kann man hier auch über bestimmte Dinge lesen hier fehlen später noch ein paar mehr Bücher hier ist die Artefaktabteilung hier ist die Artefaktabteilung wo man halt wenn Artefakt gespendieren kann und sie hier äh ausstellen lassen kann wenn man welche findet ok der Buch Club ist nicht hier in einer Bücherei wäre es ja auch zu einfach gelesen und wir mal schauen ob wir Jodie irgendwo finden ob wir Jodie irgendwo finden ob das denn nicht eine Möglichkeit ist ja bringen Jodie als Searoid das sieht nicht so noch aus ich bin nicht mit denen genug befreundet dass sich das öffnen könnte hier ist auch kein Mensch scheint aber ein Musiker hier zu sein ja na ich muss doch eigentlich mal ein bisschen diskutieren ist das Jodie? äh ne 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 die 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 receber wenn die 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 ich nie ich Ich nehme hier Fiber, das ist glaube ich später wichtig für ein paar Rezepsep und Mixed Seeds. Da kommen wir noch nicht rein. Ah richtig, da wollten wir ja auch vorbeischauen. Was?